Da hätte es vielleicht reichen können, wenn du dich das Ziel erreicht. Das reicht schon mal nicht. Glaube ich. Ja, so sowieso nicht. Aber ganz 13. langsamer als beim letzten Mal, wo ich genau bei diesem Ort ausgeschieden bin. Reicht. Gut. Sehr, sehr gut. Gut. Nächstes Ding hier. Barcelona. Das wird wahrscheinlich so im Slalom sein. Hier mit der RC211V. Also wieder mit einer Honda, aber diesmal die 5 Zylinder. Okay, das ist böse. Ich glaube, so eine Prüfung hatten wir auch im zweiten Teil mal. Ja, da bin ich selber schuld. Aber irgendwie zieht es mich immer ein bisschen nach rechts. So schön. 18.1V. Vielleicht schon mal für Silbel. Robot World. 17.5. 17.5. Puh. Ganze 6 Zehntel muss ich noch schnell sein. Da müsste ich ja fast alles gerade fahren. Zu spät. Ja, gut. Also wenn ich so kleine Schritte mache, wird es noch ewig daran. Ja, gut. Aber so kann es eigentlich gehen. Aber so kann es eigentlich gehen. Oh verdammt, aber das wäre gut gewesen. Aber das wäre gut gewesen. J-J-G J-J 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, noch nicht ganz. Ah, verdammt. Nein, immer noch nicht. Ich bin viel besser, als ich es wirklich nicht machen konnte. Ich bin viel besser, als ich es nicht machen kann. Dammit! Ja, natürlich. Ja, das war definitiv zu langsam. Das habe ich auch gesehen. Jetzt aber! Jetzt hat es gereicht. Jetzt habe ich auch den Helm redlich verdient. So. Le Mans. Und ich habe die Hälfte der Zeit, die ich heute möchte, schon hinter mir. So geht das nicht. Okay. Gut zu wissen, dass ich nicht nebenan fahren darf. Das hätte ich eigentlich auch vorher wissen sollen. Ja, das war so. Ja, das war so oder so schon eine schlechte Fahrt. Das war so. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das war so. Ja, toll. Geht's noch schlimmer. Ja. Ja. Ja, gut. 24-0 ist natürlich das Silber. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. 24-0-0-0. Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Da muss man offenbar so aufpassen. Geht nicht anders. Ja. 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 Ein bisschen schneller, aber eben auch nicht viel. Ja, jetzt aber, damit Gold und den Weaponlord. Nächster Pylogenkurs mit der Suzuki GSVR. Ja, damals sind sie noch mit dem V-Motor gefahren. Heutzutage haben sie einen kleinen Motor drin. Okay, das ist eine ganz andere Fahrt. 21.7. Jetzt ist schon mal Silver Speed Demon Helm freigeschaltet. Und 21.5 ist zu fahren, wenn man hier Gold will. Und 21.5 ist eine ganz andere Fahrt. Uiuiuiuiui. Ja, war auch wieder ein bisschen zu weit. Und reicht. Sehr schön. Damit auch das auf Gold. Nächster Pylogenkurs wieder Mugello. Diesmal Rechts-Links-Passage. Nach einer Piatas. Ja. 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 Und wir wollen das nochmal fahren. Ja. Ja, das war jetzt nicht so toll, das ist eine Fotoserie dieses Mal, 19-2, ist wohl diesmal etwas enger gestrickt. Sollte trotzdem locker reichen, tut's auch, und bevor ich's vergesse, schau mir lieber die Fotos an, Red Bull Yamaha, dann haben wir Rossi auf der RC211V, das ist der Kawasaki, und nochmal Rossi. Wahrscheinlich wieder dieselbe Aufgabe, aber wieder enger gestrickt. Dürfte trotzdem kein Problem sein, ist auch kein Problem. Das sind bislang die einfachsten Aufgaben. Okay, damit hätten wir heute schon elf Herausforderungen geschafft, also es geht schon etwas schneller voran als auch schon, jetzt haben wir noch Paul Ricard, da wurde eigentlich schon gar nicht mehr gefahren, ich glaub da wurde 1999 das letzte Mal darauf gefahren, aber irgendwie hat dieser Kurs trotzdem überlebt hier, in den Namco-Spielen. Doch erst bei der 2004-Session verschwindet der Kurs. So, hat gereicht, schonmal gut, jetzt haben wir eine Yamaha, das ist offenbar die von Max Piacci. Ja, Piacci, ja, Piacci, Yamaha. Jupp, definitiv Piacci. Der 4-fache 250er Weltmeister plus 2-fache Superbike Weltmeister. 6 Meisterschaftstitel. Das ist ja nicht in den M-Raus. Für leider keine Motoschippung, dafür zweimal Vize. Jaa, die letzte Kurve, die letzte Linie, ist natürlich ein bisschen schwierig. Weil die Kurve immer enger wird. Das reicht trotzdem locker. Und damit jetzt noch Gold, mit dem engsten Radius.